Hey Leute, vor circa zwei Wochen waren wir auf dem Adventsmarkt in Tulln und Leute, das war auf jeden Fall richtig schön, vor allem mit Schnee, Leute. Also es lag auf jeden Fall Schnee und ja, das ist der Traum von jedem, wenn es auf dem Adventsmarkt einfach schneit und weiße Weihnachten ist auch der Traum von jedem. Also damals dachten wir uns, dass es die Chance jetzt da sein könnte auf weiße Weihnachten, wie wir auch da sehen konnten. Also der Tannenbaum war auf jeden Fall mit Schnee, aber nein, leider wird es am Weihnachten viel zu mild sein und Leute, ja, ihr seht auf jeden Fall, wir haben auch Punsch getrunken. Also ich liebe Punsch, vor allem, es war, meine Hände waren eiskalt und da mit dem heißen Punsch, ja, das war richtig geil, Leute, das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Ich habe drei Gläser Punsch getrunken und was viel ist, ich weiß, aber ich liebe Punsch und ja, auf jeden Fall hat es richtig geil geschmeckt. Und dann haben wir auch noch ein Langosch gegessen, also ich liebe Langosch über alles, also Langosch, einfach nur geil. Ja, ansonsten haben wir nicht viel gemacht, wir haben den Schnee genossen und ja, das war halt einfach ein sehr schöner Adventstag. Ja, das war es gar nicht.